Wir haben einen Husky vorm Autohaus gefunden. Die haben mich direkt angerufen, damit ich den Hund einfange. Ich bin jetzt hergekommen, hab Leckerlis gebracht. Freunde, ich bin ein bisschen vorsichtig. Komm mal her. Fein, okay, ich tu dir nix. Ich will dir nur helfen. Ich hab die Leine von Canelo geholt, wir versuchen die jetzt dran zu machen. Wir versuchen ihn rauszulocken, damit wir ihn anleihen können. Okay. Er hat so Angst, Mann. Er hat richtig Angst. Wir haben ihn jetzt angeleint. Wir tun ihn jetzt ins Büro, oder? Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal, Schatz. Komm mal her. Komm mal hier. Freunde, der kommt nicht raus. Komm mal hier. Komm mal hier, mein Schatz. Ich tu dir nix. Komm. Komm mal hier. Der hat noch richtig Angst noch. Wir haben es geschafft. Wir haben den Hund eingefangen. Wir müssen jetzt zur Polizeistelle fahren. Weil der Hund hat Canelo's Lein und Halsband. Komm mal her. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Alles gut. Alles gut. Alles gut. foi gut. Wiratี columns.